Hallo zusammen, heute habe ich wieder ein cooles Tutorial für euch. Es ist zwar ähnlich wie eines, das ich vor Jahren schon mal gemacht habe, allerdings ich glaube damals ohne den Script-Ereignis-Manager. Und ja, ich habe im letzten Photoshop-Tutorial, als ich gezeigt habe, wie man Präferenzen setzen kann mit Aktionen und dem Script-Ereignis-Manager, habe ich schon das Thema angeschnitten, aber ich habe den Input bekommen, ich möge doch noch mehr zu diesem Script-Ereignis-Manager zeigen. Der sei faszinierend und ja, der ist halt nicht so bekannt. Und ich kann euch liebend gerne noch ein Beispiel zeigen, wie ich den sehr gerne bei mir im Beruf, im Alltag nutze. Und zwar nutze ich den so, dass ich mich sehr oft darüber nerve, dass ich in Photoshop keine Funktion habe, wie in Lightroom oder Camera Raw, wo ihr sagen könnt, per Tastaturbefehl möchte ich mir gerne das Original anzeigen lassen. Ja klar, ich könnte einen Shortcut setzen, zum Beispiel auf das Protokoll, um quasi zurück zur letzten Version zu gehen, also den ersten Schnappschuss hier mir anzeigen zu lassen und so würde alles gehen. Aber ich mache das gerne anders. Also, legen wir los. Wenn ihr den Script-Ereignis-Manager nicht kennt und ihr wollt die Basics dazu sehen, dann schaut euch mein letztes Video dazu an in Photoshop. Ich sage euch jetzt einfach, wie gehe ich vor, wenn ich ein Vorher-Nachher haben will. Und zwar ohne, dass ich da etwas speziell drücken muss. Es muss einfach von Anfang an da sein. Ich mache das folgendermass. Ich öffne meine Aktionspalette und erstelle mir in meinem Ordner Produktivität eine neue Aktion. Sagen wir mal neue Aktion und ich nenne das Vorher-Nachher-Starter. Ihr seht, ich habe da schon eine andere Aktion, die ist aber bewusst gedacht für später. Also, die ist nicht für den Einsatz mit dem Script-Ereignis-Manager gedacht, weil die andere Schritte hat. Also, Vorher-Nachher-Starter. Und ich lasse den jetzt mal laufen und das Erste, was ich mache, ist, ich sage Bild duplizieren. Ich dupliziere mein Bild und ich sage den mal Original. Okay, das wird aufgezeichnet. Das Original ist geöffnet hier. So. Und was ich jetzt noch mache, ist, ich lasse mir das Original-Bild quasi mit Command-0 am Bildschirm einpassen. Aber wisst ihr was? Nee, ich will die zuerst nebeneinander sehen. Weil jetzt habe ich hier meine beiden Bilder geöffnet und ich will die nebeneinander sehen. Und wenn ich jetzt einfach sage, Fenster anordnen nebeneinander, dann merkt die Aktion das nicht. Die Aktion zeichnet das nicht auf. Wieso auch immer. Also muss ich sagen, ich will einen Menübefehl einfügen. Und jetzt kann ich sagen, Fenster anordnen. Ich nehme in der Regel zwei nebeneinander oder alle nebeneinander. Zwei soll reichen. Ich habe hier nur zwei Bilder geöffnet. Zwei nebeneinander. Und ich sage, okay. Ja. So, jetzt wurde das hier aufgezeichnet. Das Problem ist nur, dass die Bilder so jetzt nicht nebeneinander angezeigt werden. Weil das ist quasi nur die Aktion, die das aufgenommen hat. Aber es wurde nicht vollzogen. Ich stoppe das Ganze jetzt und sage Fenster anordnen. Zwei nebeneinander. Damit das noch vollzogen wird. Und starte jetzt die Aktion wieder. Wobei, ja doch. Ich starte sie wieder. Und gehe jetzt im Prinzip hin. Und sage Fenster. Und ich gehe wieder hin. Ne, ich gehe nicht ins Menüfenster. Ich sage hier Menübefehl einfügen. Entschuldigung. Und sage Ansicht. Und wähle hier ganzes Bild. Und klicke auf okay. Das können wir ja hier noch kurz machen. Okay. Gehe zum nächsten. Und sage wieder, ich will eine Unterbrechung einfügen. Ups, nicht eine Unterbrechung. Ein Menübefehl. Menübefehl einfügen. Ansicht. Und ich hole mir erneut das ganze Bild. So. Also, ich öffne das Bild. Es wird dupliziert. Sie werden nebeneinander gestellt. Das erste Bild wird mit Command 0 am Bildschirm quasi eingepasst. Das zweite Bild wird ausgewählt und ebenfalls angepasst. Falls es nicht schon so sein sollte. Dann kann ich die Aktion stoppen. So. Jetzt schliesse ich das Ganze. Und ich werde noch kurz hier meine Panels etwas minimieren, damit wir mehr Platz haben. und ich sage jetzt Datei, Skripte, Skriptereignis, Manager. Ich schalte den ein und sage, wenn ich ein Dokument öffne, dann gehe ich in die Aktion vom Typ Produktivität, den ich da habe, und ich sage vorher, nachher Starter. Und klicke auf hinzufügen. Also nicht auf Fertig, sonst passiert nichts. Ich klicke auf hinzufügen und sage Fertig. Wenn ich jetzt ein Bild schliesse und es öffne, so, sage ich öffnen, dann werden automatisch beide Bilder nebeneinander gestellt. Ich habe ein Bild hier rechts, das andere hier links, quasi als Original. Und jetzt kann ich hingehen und habe immer hier links meine Referenz. Die kann ich im Prinzip, wenn ich will, auch Kleider machen. So. Einfach so, damit ich das Ganze als Referenz habe. Okay. Und kann jetzt hier rechts mit meiner Arbeit beginnen. Sagen wir zum Beispiel, ich gehe ins Camera Raw, hole mir hier meine Presets, nehme hier irgendein, ist ja egal, irgendein Preset. Klicke auf OK. Und dann sehe ich hier jederzeit, das war das Original. Hier komme ich her. Das habe ich extrem gerne. Was ich auch ganz gerne mag, ich wähle hier nochmals beide aus und werde sie mir hier kurz anzeigen. Fenster anordnen, zwei nebeneinander. So, damit beide gleich gross sind. Was übrigens auch noch ganz cool ist. Wenn beide Bilder hier gleich gross gezoomt sind, dann könnt ihr mit dem Luppenwerkzeug, ich habe jetzt kurz Z gedrückt, könnt ihr mit gedrückter Shift-Taste ins Bild reinzoomen und das andere Bild kommt automatisch mit. oder mit Alt-Shift gehe ich hier wieder raus oder mit Leerschlag-Taste und Shift werden beide Bilder gezoomt. Wenn ich Shift nicht drücke, dann kommt nur eines. Wenn ich Shift drücke, dann kommen beide. So, einziger Nachteil am Ganzen ist, wenn ich jetzt noch ein weiteres Bild öffne, also ein drittes quasi, dann wird wiederum das Bild dupliziert und dann gibt es ein Durcheinander, weil die Aktion ist nur für zwei Bilder ausgelegt. Aber ihr müsst euch vorstellen, es gibt Phasen bei mir im Geschäft, da arbeite ich fünf Stunden nur daran, für eine Zeitschrift ein paar hundert Bilder zu bearbeiten. Und dort finde ich es extrem cool, ein Bild zu öffnen. Ich bearbeite es kurz, ich sehe jederzeit die Referenz. Ich habe einen Bildschirm, der breiter ist als jetzt hier mein Laptop. Dann stört diese Referenz nicht, sind beide gross genug. Und ich sehe immer, woher bin ich gekommen, was habe ich jetzt? Und am Ende schliesse ich einfach beide Bilder. Das eine speichere ich dann natürlich nicht. Logisch. Was ich übrigens auch noch angelegt habe, gehe mal kurz noch auf Command 0 zurück, ist, ich habe mir meine Kurzbefehle geändert im Menü Fenster anordnen, habe ich den Standardkurzbefehl für alle in Registerkarten zusammenlegen, habe ich geändert und ich habe einen hinzugefügt für den Befehl zwei nebeneinander. Das macht ihr im Menü Bearbeiten, Tastaturbefehle, dann bleibt ihr hier in den Anwendungsmenüs, geht auf Fenster, habt ihr anordnen und könnt hier einen Befehl einfügen und könnt den hier ändern, wenn ihr wollt. Wenn euch der nicht logisch ist, speichert das Ganze unbedingt ab für später, damit ihr es auf einem anderen Computer auch habt. Und so kann ich jetzt noch per Shortcut quasi sagen, ich lege die zusammen oder ich stelle sie wieder nebeneinander. So, seht ihr, also ich werde dann quasi hier, ich lege die zusammen oder ich stelle sie wieder nebeneinander. Das kann auch noch ganz praktisch sein, wenn ihr mal Ordnung haben wollt. So, das wäre es für heute schon gewesen. Also ein weiterer Tipp, wie ihr den Script Events Manager nutzen könnt. Es gibt andere Einsatzzwecke noch. halt einfach immer dann, wenn etwas, ich muss da noch kurz reingehen, Script Ereignis Manager, halt immer dann müsst ihr euch überlegen, was kann das Ereignis sein, wenn ich das Programm starte, zum Beispiel eben die Voreinstellungen setzen, wenn ich ein Dokument öffne, wenn ich es schliesse, ähm, ja, was auch immer. Man könnte auch Ereignisse hinzufügen, aber dann müsst ihr quasi skripten können irgendwann, sonst wird es mühsam. Das kann ich nicht, aber für mich reicht das schon. Ich finde das schon ziemlich cool. So, ich hoffe, das war wieder etwas Inspiration. Es grüsst euch ganz herzlich. Euer Michel Meierle.